Das Schöne an dieser Sendung, Große Chance der Chöre, ist, dass sich so Kooperationen zusammenfinden. Die Salzburgerin Sharon Levy hat die Steirerinnen und Steirer von der NMS Gerlitz in Hartberg sich geholt, um jetzt gleich ganz unglaublich auf die Bühne zu legen, oder? Ja, genau. Ich bin Musikerin und ich möchte immer etwas Neues probieren und mit einem Chor zu singen, das ist voll cool und sicher, weil sie so jung und full mit Energie und nur lachen, das macht so viel Spaß. Die lachen viel, oder? Ja, ja. Genau so. Du bist jetzt auch hier wieder mal in einer Castingshow. Das war ein paar Semester her, ein paar Halbjahreszeugnisse. Warst du bei Helden von morgen, oder? Helden von morgen, ich glaube es war 22, warte mal, 11? Du hast nichts dagegen, im Castingshow aufzutreten scheinbar. Eigentlich nicht. Ich halte euch die Daumen. Sharon Levy und die NMS Gerlitz aus Hartberg. Toi, toi, toi. Und ab auf die Bühne. Sängerin kennt man. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ja. Hallo. Erzähl ein bisschen. Du kannst nicht immer, was du willst. Wow. Aber ich hoffe heute, dass ich bekomme schon das, was ich will von euch. Und zwar ein gutes Lied. Bitte. Du kannst nicht immer, was du willst. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich würde mir von euch nur eine einzige Sache wünschen, aber die wünsche ich mir wirklich von ganzem Herzen. Ich möchte gerne, dass man die Freude an der Musik auch in euren Gesichtern sieht. Wenn ihr mir das versprechen könnt, bekommt ihr von mir für jetzt ein Go. Ich habe bei einem Viertel gesehen, dass da ein Feuer ist und bei den anderen habe ich ein sehr verhaltenes, ich stelle mich dazu und singe mit gesehen. Deswegen gebe ich ein Minus. Ja, so ist das Leben. Ihr könnt und sollte, falls ihr weiterkommt, was vom Charon übernehmen und zwar überzeugender, mehr Funk, mehr Power. Aber ich glaube, dass der Charon euch dahin bringen kann. Und deswegen kriegt ihr von mir ein Verlust. Und jetzt freut euch! Ich bin nervös mit der Jury, weil sie haben angefangen. Ich bin nervös mit der Jury, weil sie haben. Ich bin nervös mit der Jury, weil sie sind. Ich bin nervös mit der Jury.